Hallo und herzlich willkommen bei HOFA zu einem neuen Video-Tutorial. Heute möchte ich über ein paar Spezialfälle beim Routing sprechen und Dir einige Bearbeitungen vorstellen, die im Mix eine richtige Waffe sein können. Ein normales Routing einer Spur in einer Mischung sieht meist folgendermaßen aus. Das Audiosignal durchläuft den Mixer-Kanal mit seinem Insert und dem Channel EQ wird über den Oaksend anteilig in einen Effekt geschickt und dann weiter über das Bus-Routing auf eine Gruppe oder direkt auf den Stereo-Master-Out geroutet. Für manche Bearbeitungen kann der Signalfluss aber auch etwas anders aussehen. Für eine Parallelbearbeitung wird die Spur kopiert oder über einen Bus in einen weiteren Mixer-Kanal geschickt und dort ebenfalls bearbeitet. Du kannst auch den linken und rechten Kanal einer Stereo-Spur in zwei einzelne Kanäle schicken und dort unterschiedlich bearbeiten. Wenn Du Mitte und Seitensignal einer Stereo-Spur getrennt bearbeiten willst, kannst Du dies über einen relativ komplizierten Aufbau aus Original und Kopie samt Phasendrehung realisieren oder auch eine MS-Matrix verwenden. Für diese Bearbeitungsmodi möchte ich Dir jetzt ein paar Beispiele geben, die aufzeigen, wie mächtig diese Signalfluss-Modifikationen sein können. Dazu verwende ich die Freeware System Basic von HOFA Plugins, mit der das ganz besonders einfach möglich ist. Beginnen wir mit der Parallelbearbeitung. Eine sehr effektive Anwendung einer Parallelbearbeitung ist die unterschiedliche Kompression eines perkussiven Signals. Ich nehme jetzt mal eine Snare. Unbearbeitet klingt sie folgendermaßen. Nun inserte ich System im Snare-Kanal und lege das Routing Plugin parallel in die System-Arbeitsfläche. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Bearbeitungen parallel vorzunehmen, was ziemlich abgefahren ist. Ich habe nun eigentlich zwei getrennte Audiospuren in einer Oberfläche. In den einen entstandenen Slot lege ich nun einen Kompressor, den Channel-Comp. Über eine relativ lange Attack-Zeit und einen niedrigen Threshold erreiche ich, dass die Transienten in Relation zum Ausklang der Snare extrem betont werden. Alleine klingt das natürlich etwas übertrieben. In den anderen Slot füge ich nun einen weiteren Kompressor ein, diesmal einen Bus-Kompressor. Hier ist die Attack-Zeit sehr kurz, die Transienten werden weggebügelt. Auch das alleine klingt eher bescheiden. Zusammen ergeben diese beiden parallel bearbeiteten Signale aber eine knallige, transientenreiche Snare, bei der ich ganz einfach das Verhältnis von Anschlag und Ausklang regeln kann. Kommen wir zum nächsten Sonderfall. In einer Stereospur oder auch einer Gruppe kann ich normalerweise nur ein Stereo-Plug-In inserten. Was aber, wenn ich linke und rechte Seite getrennt bearbeiten will? Ein Beispiel ist hier der Kompressor in einer Gitarrengruppe. Die verschiedenen Gitarren sind im Panorama verteilt, spielen dabei aber unterschiedliche Dinge. Das bedeutet, dass ein gemeinsamer Kompressor nicht funktionieren würde, da er auch rechts komprimieren würde, wenn links eine Gitarre zu laut wird. Die Lösung ist hier ein Dual-Mono-Setup. Ich kann linken und rechten Kanal getrennt komprimieren und auch unterschiedlich einstellen. Etwa für ein unterschiedliches Make-up-Gain. Ein ganz spannendes Feld ist die MS- oder Mitte-Seite-Bearbeitung. Damit kann ich Anteile einer Stereospur, die sich in der Mitte befinden, anders bearbeiten, als die Anteile, die sich nur auf den Seiten befinden. In einer Mischung werden zum Beispiel die Lead-Vocals meistens in die Mitte gepannt. Auf den Seiten befinden sich beispielsweise Chöre oder auch die Overheads von Drums. Ich habe hier einen Drum-Loop, der mir eigentlich recht gut gefällt. Mich stört aber, dass die Overheads sehr hell und laut sind. Der IQ-Analyser zeigt mir, dass die Höhen im Seitensignal sehr stark sind. Wenn ich die Drums auf Mono schalte, was bedeutet, dass ich nur das Mid-Signal höre, klingen die Becken viel angenehmer. Ich nehme also das Mid-Signal-Plug-In von System und inserte ein EQ und ein Gain-Plug-In in das Signal-Fenster. Hier senke ich die Höhen ab und schon klingt das Set weniger schepprig. Um den Sound noch etwas aufzuräumen, möchte ich die Bässe etwas reduzieren, damit die Bassdrum nicht so rumpelt. Die befindet sich fast nur in der Mitte des Stereo-Mixes, also EQ in das Mid-Fenster, Bässe etwas absenken und das Mid-Signal insgesamt ein wenig anheben. Wie du siehst, gibt es neben dem ganz normalen Routing einer Stereo-Spur viele weitere Bearbeitungsoptionen. In System Basic findest du übrigens noch weitere Routing-Plug-Ins wie Multiband, Subchain und Feedback. Das ist dann aber Stoff für ein weiteres Video. So, das war's von mir fürs Erste. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Produktionen. Vielleicht sehen wir uns ja mal hier bei HOFA. Ciao!